Immer mehr Hausbesitzer wollen heutzutage ihre Energiezukunft selbst in die Hand nehmen und sich unabhängig machen von fossilen Energieträgern. Und wir von Ökofan sind stolz, zusammen mit Phonius ein einzigartiges System entwickelt zu haben, das dies ermöglicht. Die Photovoltaikanlage in Verbindung mit einem Stromspeicher und einer stromproduzierenden Pelletheizung ermöglicht, ganzjährig 100 Prozent Stromunabhängigkeit und erneuerbare Wärme für jedes Einfamilienhaus. Mit der Photovoltaikenergie erreicht man im Hausbereich etwa 30 Prozent Eigenversorgung, das heißt die Stromrechnung reduziert sich um 30 Prozent. Klarerweise habe ich in den Abendstunden dann normalerweise keinen Strom. Da ist Speichertechnologie dann die wesentliche Ergänzung. Lithiumtechnologie ist der Stand der Technik und wir bei Phonius bitten, dahingehend intelligente Gesamtlösungen mit Speicher, mit den zugehörigen Management-Systemen. Und mit dieser Speicherlösung schafft man dann 70 Prozent Eigenversorgung im Hausbereich. Um auch im Winter genug Strom selbst produzieren zu können, bieten wir die einzigartige Lösung einer Pelletheizung mit einem nachholstbaren Stirling-Motor, der dann im Winter die Stromproduktion übernimmt. Und somit ermöglicht sich auch in diesen sonnenarmen Monaten hundertprozentig vom Netz unabhängig zu machen. Wir haben das hier in diesem Einfamilienhaus, das sich hier in Lenbach im Müllkreis auf etwa 500 Meter Seehöhe befindet, zu Beginn der vergangenen Heizsaison eingebaut. Für uns war spannend zu sehen, ob dieses System auch wirklich ganzjährig funktioniert. Also auch dann, wenn einmal die Sonne nicht ausreichend scheint oder im Winter, wenn sehr, sehr kalte Tage sind, mit Schneefall und so weiter. Die Probezeit für dieses System des letzten Jahres hat das System hervorragend absolviert. Es gab keinen einzigen Tag, an dem wir zu wenig Strom gehabt hätten oder in dem wir uns einschränken mussten, weil vielleicht ein bisschen zu wenig Strom noch in der Batterie waren. Das Haus insgesamt ist zu 100 Prozent autark und das zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energieträgern. Was will man mehr?